Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Wanker, Sie haben sich ja so intensiv mit Frau Hain auseinandergesetzt. Ich mache es kürzer. Es gibt den schönen Satz, es gibt den Geist, der stets verneint. Frau Dr. Hain, Sie waren heute leicht mephistotelisch. Das ist zu wenig. Sie haben deshalb einen weiteren Weg zu gehen, um den Konsens in Bezug auf die Internationalisierungsstrategie am Ende so mitzuteilen, wie natürlich mit Nuancen die Grünen, die SPD, auch bei ihren Fraktionen das vielleicht differenziert gesehen wird, aber insgesamt aufgewachsen ist, woran Frau Ritter erinnert hat von Edelgard Bulman, wo es die ersten Akzente gegeben hat. Ich erinnere mich an den leider jetzt schon verstorbenen Vizepräsidenten des DAAD, Max Huber, der sich gefreut hätte über eine solche Debatte hier. Und dann hat es in den Beziehungen von Edelgard Bulman, damals mit Joschka Fischer, es kam dann in der ersten großen Koalition in Anführungsstrichen der Neuzeit dazu, Frau Schawan mit Herrn Steinmeier und genauso ist es jetzt mit Frau Wanker und Herrn Gabriel. Und das ist gut, dass wir diese Kontinuität durch die verschiedenen politischen Verantwortlichkeiten haben, weil am Ende steht doch ein wirklich gutes gemeinsames Ergebnis. Und Frau Hain, wenn Sie dann eintreten würden in die ganzen detaillierten Programme, dann würden Sie auch merken, wie fein ausgewogen die vielen Aktivitäten sind. Aber ich will das versuchen, in einem Punkt neu einzuordnen. Und Frau Wanker, da haben Sie auch das richtige Stichwort für meine Begriffe für diese Debatte mit genannt. Sie haben nämlich auch Europa abgehoben. Und da sind wir allerdings in Deutschland dabei, ein gewisses Gegenbild zu dem zu machen, was aktuell in Europa diskutiert wird. Und ich will Ihnen sagen, wir sind befremdet darüber, dass der Kommissionspräsident Juncker mit seiner Zielstrategie 2025 nicht nur fünf strategische Elemente, sondern auch fünf Inhalte benennt, bei denen Bildung und Forschung und Innovation nicht mit enthalten ist. Das finden wir ist zu wenig. Und es wäre gut, wenn dieses aus Europa mit aufgenommen werden könnte, im Jahr 60 der römischen Verträge, im Jahr 30 von Erasmus, im europäischen Forschungsraum, im Horizont 2020. Aber das fehlt. Es fehlt vollkommen in der junkerschen Europa-Strategie, und das ist unter Komplex, das ist auch unter Perspektive, die Bitte an die Bundesregierung ist. Bringen Sie sich so, wie Sie sich jetzt schon eingebracht haben, noch viel energischer ein, dass diese sechste Dimension von den Inhalten hier in der Internationalisierung, in der Verantwortung Europas für Entwicklung in der Welt, wissenschaftlicher Forschung, Bildung mit aufgenommen wird. Das hat deshalb auch Perspektive, denn Sie haben ja die Zahlen genannt. Sieben Prozent der Weltbevölkerung ist jetzt europäisch, 19 Prozent der Wissenschaftsleistungen, Deutschland ist noch über dem Prozent. Aber das wird sich ändern. Und wenn wir das nicht bündeln, wenn wir dort nicht hineingehen mit Exzellenz in solche Kooperationen und Netzwerke, dann wird dieser positive Beitrag, den wir aus Europa, aus Deutschland hin leisten könnten, zu schwach werden. Eine kritische Bemerkung. Ich glaube, dass wir auch daran denken müssen, und Sie haben es angesprochen, andere auch, dass dazu natürlich auch Substanz gehört. Substanz an Ressourcen, Substanz an Regierungsaufmerksamkeit, Substanz auch an Geld. Und Kai Gering, wenn eben der kleine Zwischenruf kam, ja, wir glauben tatsächlich auch, dass die Fixierung auf ein Zwei-Prozent-Ziel in Bezug auf Rüstungsgüter in der NATO nicht das ist, was tatsächlich internationalen Frieden, internationale Nachhaltigkeit somit befördern könnte, wie es notwendig ist. Denn Militär macht kein Wasser sauber. Militär verändert nicht den Klimawandel. Militär sorgt nicht für berufliche Bildung. Wir dürfen diese Dimension überhaupt nicht vergessen und brauchen dafür zusätzliche Mittel. Wir brauchen sie in Deutschland und wir brauchen sie auch in Europa. Und das muss eine Perspektive sein, die wir zusammen aufmachen. Es gibt jetzt ja erste, auch fast gegen Trump und Brexit und in der Korrektur auch zum Junkerschen verengten Entwicklungskonzept, Vorstellungen. Ich fand das sehr bemerkenswert, was Herr Hippler und auch sein französischer Kollege Rousseff, beides Präsidenten ihrer hohen europäischen Rektorenkonferenzen jetzt angesprochen haben, die nämlich gesagt haben, wir bräuchten eigentlich auch aus der europäischen Wahrheit und Werdetradition heraus eine gemeinsame Initiative der Universitäten, der Forschungs- und Bildungseinrichtungen höheren Niveaus in Europa, um dieses dann auch in Europa zu vermitteln und zu vernetzen, aber auch aus Europa heraus. Und Sie schlagen einen Fonds vor, eine Initiative für Bildung, Forschung und Innovation. Und wenn unser Außenminister Sigmar Gabriel jetzt anspricht, mehr Geld für Europa zu mobilisieren, dann hat er auch dieses mit im Hinterkopf. Und es ist gut, dass wir mindestens beim konservativen Partner, Konkurrenten merken, darüber wird differenziert gedacht, von Ihrem Europapolitiker anders als von anderen. Aber lassen wir uns gemeinsam, wenn wir diese gute Bildungs- und Forschungsagenda haben, doch mit dafür werben, dass die Gewichte in Europa stärker werden für Bildung und Forschung und Innovation, weil das trägt positiv etwas in die Welt hinein. Dass dieser Vorschlag der beiden Präsidenten bewusst sagt, Bildung, Forschung und Innovation, das deckt sich ja im Übrigen mit dem, was Frau Ranker verdienstvoll von Ihnen, von anderen in diese neue Internationalisierungsstrategie nach 2008, jetzt 2017 hineingebracht worden ist, nämlich erstmals die berufliche Bildungsdimension. Das war damals noch nicht so weit. Und man kann, Frau Hain, Ihnen ganz einfach sagen, was uns, ich mache mal die Kette auf, was Baden-Württemberg stark gemacht hat, was Deutschland stark gemacht hat, was europäische Länder stark machen, das ist doch das Bündnis von exzellenter Wissenschaft und exzellentem Facharbeitertum, exzellenter Forschung und exzellenter beruflicher Bildung. Dieses in der Exzellenz, in der Qualifizierung mit nach vorne zu tragen, das ist eine starke Botschaft, die wir noch ausbauen müssten. Aber nicht im Sinne von, wir transportieren unsere Systeme in andere Länder. Nein, wir nehmen dieses als Botschaft mit auf, dass wir an der Stelle etwas entwickeln wollen. Und wir müssen es auch deshalb entwickeln, ganz in der Unterstützung, wie Sie es noch einmal angesprochen haben, auch Kai Gehring, eigentlich die Mittel in Erasmus zu verdoppeln für den Bereich der nicht akademischen Austausche, sondern der beruflichen Austausche. Das wäre etwas, wo wir hinkommen könnten. Und selbst wenn Sie die Stirn runzen, ich glaube, wenn wir es erreicht hätten, würden Sie auch fröhlich gucken, weil dieses am Ende ja die Balance, die Gleichwertigkeit auch von akademischer und beruflicher Ausbildung auch im Erasmus-Bereich mitstützt. Weltoffenheit ist das Ziel und die Garantie, Frau Lücking-Michel, für das, was uns stark macht. Und deshalb schlage ich versöhnlich den Schlussbogen mit einem Zitat von Alexander von Humboldt so. Der hat gesagt, die gefährlichste aller Weltanschauung ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben. Ja, die Weltanschauung, das ist Internationalisierungsstrategie. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster hat das Wort Dr. Thomas Feist von der CDU-CSU-Fraktion.